Wann immer wir uns in irgendeinem Video mal über Test- oder Erstflüge unterhalten und dann auch Bilder von entsprechenden Testflugzeugen zeigen, dann bleibt meist eine Frage im Raum stehen und zwar, was ziehen diese Flugzeuge da eigentlich die ganze Zeit für einen Kegel oder für einen Trichter oder was auch immer hinter sich her? Das ist eine kleine aber feine Frage, auf die es eine ziemlich simple Antwort gibt und darüber sprechen wir jetzt mal in den nächsten Minuten und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen, ich hoffe es geht euch gut. Vieles erklärt sich direkt von selbst, wenn wir uns einfach mal so ein bisschen über dieses Teil da hinten unterhalten. Das, was da an den Testflugzeugen meistens mit dran hängt, ist ein sogenannter Schleppkegel, beziehungsweise auf Englisch ein Trailing Cone. Und dieser Schleppkegel hängt quasi an einem Seil und bei Start und Landung baumelt das dann da ganz einfach hinten am Flugzeug runter. Das wirklich Interessante passiert zwischen Start und Landung während des Fluges, denn da wird das Seil mit dem da hinten dran hängenden Schleppkegel ausgefahren, beziehungsweise immer und immer weiter ausgerollt. Das heißt, dieser Schleppkegel mit dem Seil wird nicht die ganze Zeit wie bei Start und Landung so knapp hinter dem Leitwerk hergezogen, sondern man zieht das Ding während des Fluges auf der einfachen, beziehungsweise bis zur eineinhalbfachen Rumpflänge des Flugzeuges hinter sich her. Das Spannende passiert dabei jetzt allerdings nicht in diesem eigentlichen Schleppkegel, den man da so einigermaßen gut erkennen kann, sondern ein kleines Stück davor, im Seil unmittelbar vor diesem Schleppkegel. Der Schleppkegel dient nämlich nur als so eine Art Widerstand, um das Seil während des Fluges direkt hinter dem Flugzeug herziehen zu können und es dabei schön straff und stabil zu halten. Mit diesem gesamten Konstrukt lässt sich jetzt das sogenannte Pito-Static-System eines Verkehrsflugzeuges oder eigentlich auch jedes anderen Flugzeuges kalibrieren. Also die primären Fluginstrumente lassen sich mit diesem Konstrukt einstellen. Und um das wirklich verstehen zu können, muss man einmal ganz kurz darüber reden, wie diese primären Fluginstrumente auch in einem modernen Verkehrsflugzeug heute eigentlich noch funktionieren. Dafür schauen wir mal auf das sogenannte Primary Flight Display, also das PFD, welches sich vor den beiden Piloten vorne im Cockpit befindet. Dort findet man neben dem künstlichen Horizont und dem Kurs des Flugzeuges vor allem die Fluggeschwindigkeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann die Höhe des Flugzeuges und die sogenannte Vertical Speed in Fuß pro Minute, also die Steig- und Sinkgeschwindigkeit des Flugzeuges. Und für genau diese Werte ist das Pito-Static-System eines jeden Flugzeuges zuständig. Das gilt übrigens in einer kleinen Cessna 172 genauso wie in einem hochmodernen Airbus A350. Letzteres ist dann halt nur etwas redundanter und sehr viel feiner. Grundlage für all diese primären Fluginstrumente ist jetzt folgende Betrachtung. Statischer Druck zusammen mit dynamischem Druck ergibt einen Gesamtdruck. Und das kann man sich mal ganz kurz durch den Kopf gehen lassen und wird dann aber schnell merken, okay, das lässt sich ziemlich easy in die eben angesprochenen primären Fluginstrumente beziehungsweise in die primär zum Fliegen gebrauchten Werte umwandeln. Für die Fluggeschwindigkeit ist dabei jetzt der dynamische Druck interessant. Denn die Überlegung ist ganz einfach, je schneller das Flugzeug fliegt, desto größer ist auch der dynamische Druck, der auf das Flugzeug wirkt. Und wenn wir diesen dynamischen Druck jetzt irgendwie messen können, dann können wir das auch irgendwie in eine Fluggeschwindigkeit verbasteln. Für das Variometer hingegen, also für die eben angesprochene Vertical Speed, für die Steig- und Sinkgeschwindigkeit des Flugzeuges ist jetzt der statische Druck interessant. Genauer gesagt, die Veränderung des statischen Druckes über eine bestimmte Zeit. Und um die Flughöhe feststellen zu können, benötigen wir jetzt nur den statischen Druck. Über das sogenannte PITO-Rohr, Teil des PITO-Static-Systems, bekommt das Flugzeug jetzt Infos über den vorherrschenden Gesamtdruck. Und durch die Static-Ports, was nicht viel mehr als Löcher im Flugzeugrumpf sind, dadurch bekommt das Flugzeug eine Information über den vorherrschenden Static-Pressure, also den vorherrschenden statischen Druck. So zumindest die Theorie. Die Instrumente in der Cessna 172 genauso wie in dem Airbus A350 machen jetzt also Folgendes. Um die Flughöhe feststellen zu können, nimmt sich der Flieger den statischen Druck, also den Umgebungsdruck der ruhenden Luft. Und dieser nimmt mit steigender Höhe immer weiter ab. Und das ist eigentlich, ganz einfach erklärt zumindest, das Einzige, was man darüber jetzt wissen muss. Das Variometer, das Messinstrument für die Steig- und Sinkgeschwindigkeit des Flugzeuges, bedient sich jetzt ebenfalls nur an diesem statischen Druck und kann damit eben die Steig- und Sinkgeschwindigkeit feststellen. Je schneller der Druck abnimmt, desto schneller muss das Flugzeug steigen. Je schneller der Druck zunimmt, desto schneller sinkt das Flugzeug. Und der Fahrtmesser, der macht jetzt Folgendes, der nimmt sich vom Pito-Rohr den Gesamtdruck und zieht davon den Umgebungsdruck der ruhenden Luft, also den statischen Druck, ab. Denn wenn wir uns nochmal ganz kurz die Gleichung vor Augen führen, wo wir eben darüber gesprochen haben, dass der dynamische Druck plus statische Druck den Gesamtdruck ergibt, dann muss Gesamtdruck minus statischen Druck auch dynamischen Druck ergeben. Und das ist eben genau das, was wir hier für den Fahrtmesser haben möchten. Wenn man das jetzt so annimmt, dann ist das fast ein bisschen zu simpel, um glauben zu können, dass Verkehrsflugzeuge heutzutage mit diesen Werten so verdammt exakt fliegen können, wie sie das wirklich tun. Gerade wenn es um Toleranzen bezüglich vertikaler Abstände zwischen zwei Flugzeugen geht oder auch bezüglich der Minima bei einer Landung am Flughafen bis zu 200 Fuß über dem Boden, da kommt es ja wirklich drauf an, also das sollte schon funktionieren. Das können Flugzeuge so genau machen, weil sie natürlich auch noch über andere Werte, wie beispielsweise die Temperatur Bescheid wissen, aber auch, weil dieses ganze Pito-Static-System an dem jeweiligen Flugzeugtypen mal ziemlich genau eingestellt und kalibriert wurde. Und damit wieder zurück zu diesem Schleppkegel, denn in dem Schlauch unmittelbar vor dem Schleppkegel befinden sich tatsächlich zahlreiche Static-Ports. Das Ganze ist also eine Vorrichtung, um den jetzt in diesem Fall wirklich fast ungestörten, statischen Luftdruck in exakt der Flughöhe messen zu können, in der sich das Flugzeug gerade befindet. Und mit diesem Wissen, dass man da auf den Testflügen mithilfe dieser Vorrichtung sammeln kann, kann man jetzt die barometrischen Instrumente des eigentlichen Flugzeuges anpassen und halt kalibrieren. Denn Fehler, die durch Verwirbelung an exakt diesem Flugzeugrumpf, an exakt dieser Stelle während des Fluges entstehen, und die entstehen auf jeden Fall, die kann man jetzt dadurch herausrechnen. Und so werden die eigentlichen Instrumente der Maschine unterm Strich lächerlich genau. Und weil diese Verwirbelung dadurch verursacht, dass sich die Static-Ports halt immer direkt am Flugzeugrumpf befinden müssen, weil diese halt an diesem Flugzeugtypen während dieser Phase des Fluges immer und immer wieder genau so auftreten werden, dadurch muss man so einen Schleppkegel halt auch nur während der Testflüge hinter sich herziehen, um das Ganze einmal zu kalibrieren, und dann bleiben die Instrumente natürlich genau. Und man kann das Flugzeug auf die Menschheit loslassen. Dafür hängt also auf ein paar Flügen dieses Seil mit diesem komischen Kegel da hinten dran. Ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet und damit soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Infos für euch mit dabei. Und dann hoffentlich bis morgen. Macht es gut und tschüss. Bis zum nächsten Mal.